Ja Leute, willkommen zu einem Unboxing. Heute mit The Raccoons Special. Ja, diese DVD ist gerade erschienen und hat insgesamt 5 Folgen, die bisher unveröffentlichten Specials drauf. Ja, es gibt ja eine Box, wo dann die ganzen Folgen drauf sind, aber die ist dann nicht komplett ohne diese 5 Folgen. Auf dem Cover sehen wir hier Bert. Diese Serie ist einfach Kult und genial. Ich habe es damals richtig super gerne auf Tele 5 geguckt und gucke es immer noch, also ich liebe die Serie. The Raccoons. Ja, 5 bisher unveröffentlichte Specials der Kult-Serie mit Bert und seinen Freunden Ralf, Melissa, Schäffer und Cedric, die sich in spannenden Abenteilen gegen ihre Widersacher Cyril und Schweinchen beweisen müssen, um ihre Heimat, den immergrünen Wald zu retten. Ähm, welche Folgen sind das? Weihnachten ohne Bäume, das Eishockey-Spiel, dann der kleine gelbe Stern Teil 1 und Teil 2 und schließlich Let's Dance. Das sind die bisher unveröffentlichten 5 Episoden. Das Ganze ist 120 Minuten lang, äh, 4 zu 3, Dolby Digital 1.0 Mono, kommt leider nur in Deutsch und kommt aus Kanada. Hier sehen wir Szenen aus dem, aus der Serie. Und hier seht ihr die Box. So sieht die aus. Die grüne Box. Ja. Ich finde die Farbe richtig schön. So gelb, orange. Das Gelbe verläuft in rot. Man kann's so als, naja, 5 Folgen scheinen ein bisschen wenig, aber wie gesagt, man kann's so als Kinofilm bezeichnen. Ja. So, und kein Booklet. So sieht dann die DVD aus. Sehr schick. Das war das Raccoon Special. Ich sag, bis demnächst. Bye, bye. Ciao, ciao.